Wir sind hier in der dritten Anlage der Oase von Kisiel, die hier in der Stadt Gutscher gelegen ist. Diese Oasenlandschaft ist geprägt durch eine zahlreiche Anzahl von Kulthüllen des budistischen Ursprungs, aus dem zu Beginn des dritten vierten Meer und Lands. Diese dritte Anlage, die wir uns jetzt hier befinden, ist natürlich die am weitesten gelegene Anlage, wo die Kulthüllen sind und wir stehen hier unmittelbar kurz vor der Ajatasutra-Höhle und haben diese heute vermessen, da wir in Berlin Restaurants Maßnahmen machen, für die wir die Maßangaben brauchen, der Originalhöhle.